Die Tauchentechnik-Redaktion ist auf den Bahamas und ich habe heute einen ganz besonderen Technik-Test. Das neue Seabob-Modell, F5SR, noch gar nicht auf dem Markt, kommt im Juni auf den europäischen Markt. Ich habe es heute Probe fahren dürfen, es war ein riesen Spaß. Ich hatte schon mal bereits die Möglichkeit das alte Modell zu testen, das neue wurde nochmal abgegradet, 745 Newton Schub. Wahnsinns-Power, die in diesem Gerät steckt. Was hat man verändert? Es gibt jetzt diese kleinen Seitenflügel für verbesserte Stabilität, eine gute Wasserlage jetzt. Das habe ich auch im Wasser gespürt. Die wesentliche Neuerung sitzt unter der Haube, denn der Schaum zwischen Motor und Gehäuse, den hat man geändert. Beim alten Modell, das ursprünglich als Oberflächenfahrzeug kreiert war, ließ der Schaum sich noch komprimieren. Der ist jetzt neuerdings nicht mehr komprimierbar und das ist super fürs Tauchen. Denn der Seabob hat zu jeder Zeit dieselbe Tarierung, wie man ihn vorher einmal austariert hat. Wir haben jetzt hier dieses Seabob-Bleigewichte dabei. Dadurch ist er leicht positiv. Wenn man noch ein bisschen Gewicht zusätzlich hinzufügt, dann hat man eine neutrale Austarierung. Was hat sich noch geändert? Er hat jetzt eine Frontkamera mit 4K-Auflösung. Er hat eine Selfie-Kamera mit an Bord, die unter dem Display sitzt. Ich bin begeistert. Es gibt allerdings ein, zwei Sachen zu beachten. Wenn man wirklich die volle Power ausnutzen will, dann muss man schon aufpassen, dass es einem nicht die Maske voll mit Wasser drückt. Man gerät schnell in Flachwasser, wenn man ein Looping fährt zum Beispiel, dass man nicht zu schnelle Aufstiege macht. Wenn man mit leichtgängigen Reglern tauchen möchte, sollte man sie auf schwergängig einstellen. Sonst kriegt man eine geballte Luftdusche ins Gesicht gedrückt, wenn man zu schnell mit dem Seabob fährt. Ansonsten absolut galaktischer Fahrspeis. Ich hatte einen großartigen Test heute. Mehr zu den technischen Details und den Hintergründen im Tauchenmagazin.